hallöchen ich freue mich dass ihr bei einem weiteren video dabei seid in diesem video nehmen wir uns noch mal eine super nintendo vor diese konsole habe ich für kleines geld bei ebay kleinanzeigen geschossen aber wie wir sehen mause tot kein licht da rührt sich gar nichts ich habe da schon eine kleine vermutung wo da fehler liegt und zwar wir kriegen aus dem netzteil 9 volt wechselspannung und diese spannung wird hier auf dem mainboard ungefähr in diesem bereich gleich gerichtet dann nehmen wir die konsole mal auseinander und schauen uns das ganze mal näher an wie wir die konsole zerlegen haben wir im letzten video schon mal gesehen aber was man so schnell durchlaufen und ja ich habe jetzt endlich das passende werkzeug auch zu beziehen bei ebay hat mich ein 10er gekostet hier einmal der kleine hier mal der größere für gameboy modu oder andere module und passt sehr gut ja ich habe hier aus Okay. 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 So. Ja, der Gleichrichter sitzt nicht hier, sondern da. Fokus. Wie wir hier sehen, ist hier einmal eine Sicherung. Einmal der Spannungsregler. Das ist ein 7805, der ist auch in der NES drin. Und hier sieht es aus, dass da der Gleichrichter ist. Ja, und ich vermute jetzt mal, dass da irgendwas im Hagen liegt, warum die Konsole nicht angehen möchte. Aber hier drin sieht mir das alles so ein bisschen klebrig aus. Wollen wir mal schauen, was das ist. So, jetzt messen wir mal kurz. Hier einmal die Sicherung. So, einmal die Sicherung. Da. Nichts. Gar nichts. Normalerweise müsste das jetzt so piepen. Tut es aber nicht. Sieht mir so aus, als wenn die Sicherung durch wäre. Dann werde ich jetzt mal die Sicherung brücken oder tauschen und dann mal gucken, ob die Konsole angeht. Ja, es hat normalerweise auch immer einen Grund, warum die Sicherung durchschießt. Es ist auch mit Vorsicht zu genießen, wenn man da einfach brückt und dann raucht da irgendwas anderes ab. Den Spannungsregler, den messen wir auch noch mal eben kurz durch. Weil, wie gesagt, wenn er defekt ist, habe ich ersatz da. Jetzt mal hier den Gleichrichter. Nö, kein Kurzschluss. Da ist auch kein Kurzschluss drauf. Dann könnte ich das mal vielleicht mal wagen, weil ich diese Teile hier nicht habe. vielleicht mal mit ein Stück Drahtbrücken. Aber da muss man sich sicher sein, ob hier ein Kurzschluss anliegt oder nicht. Weil dann schaltet ihr die Konsole ein und dann brat, brat, brat. Dann geht nur noch mehr kaputt. Also ganz, ganz piano. Ja, definitiv. Die Sicherung ist defekt. Das ist eine 1,5 Ampere Sicherung. Das sieht schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Ich denke, ich könnte es mal auf diese Art und Weise riskieren. Jetzt brauche ich mir mal den Unterboden. Jetzt bin ich gespannt. Na, eigentlich könnte man jetzt in einem Atemzug auch die ganzen Elkos hier tauschen. Ich habe auch schon NES-Konsolen gehabt, da fängt das auch schon so langsam an, dass die anfangen aufzulaufen und Bildfehler tauchen auf. Aber wenn das jetzt funktioniert, werde ich die erstmal schön reinigen, wieder alles zusammenbauen und dann werde ich die erstmal so testweise nutzen. Okay, guck mal, das Spiel. Jetzt kommt die Stimme dabei. Jawohl. Die Konsole geht ab. Ja, das ist doch schon mal was. Im Bildchen kommt auch was. Ha, die Konsole funktioniert, Freunde. Sie funktioniert. Ich zeige euch das mal. Damit ihr mir das auch glaubt. Ja, das war jetzt der Fehler gewesen. Nur eine defekte Sicherung. Schalten wir die nochmal ein. Ja, sehr gut. Ja, wir sehen, das war mal eine sehr schnelle und sehr kostengünstige Reparatur würde ich sagen. Aber ich werde jetzt aber zusehen, dass ich die Sicherung, dass ich dann was Vernünftiges einlöte. Nicht damit wir, wenn wir Probleme nochmal haben, dass dann hier irgendwas anderes abbraucht. Ja, Grafikfehler hat sie ja auch nicht, wie wir sehen. Ja, wunderbar. Da würde ich doch mal sagen, Perfetto Mundo. Ja. So, dann machen wir die Konsole jetzt mal richtig schön sauber. Bauen wir da alles so weit zusammen. Und dann muss ich mir nochmal die Sicherung besorgen. Damit da auch wieder was anständiges reinkommt. Und dann habe ich wieder eine schicke Super Nintendo Konsole. Ja, ich denke mal in einem der nächsten Videos. Ja, ich möchte jetzt auch mal ein paar mehr Videos machen. Nicht alle halbe Jahre. Dass wir die mal ein bisschen bleichen. Weil das Gehäuse, das sieht nämlich noch sehr, sehr gut aus. Dass wir die auch wieder richtig schick machen. Dass die wieder schön grau ist. Okay, dann mache ich jetzt hier mal eine kleine Pause. Und wir sollte erstmal die Sicherung. Dass wir die dann noch einlöten. Und dass wir die Konsole dann zusammenbauen. Und dann kommt das finale Funktionstest. Wie üblich. Nein, doch. Okidoki, da sind wir mal wieder. Ja, das hat jetzt eineinhalb Wochen, zwei Wochen gedauert. Ich habe mir neue Sicherungen hier bei AliExpress gekauft. Weil bei Ebay, da wollen die Unsummen für eine Sicherung haben. Für die 1,5 Ampere. 4 Euro pro Stück. Ja, und hier habe ich für noch nicht mal 5 Euro gleich 10 Stück bekommen. Da kaufe ich die lieber aus China. Warte ein paar Tage. Und dann passt das. Ist ja auch nicht die letzte Konsole, die wir wohl haben werden, wo die Sicherung hinüber ist. Oder hier ein paar andere Probleme. So. In der Zeit lief auch die Toy Plosion. Dort sind wir gewesen. Petendo, Peter, die Kampfmaschine, Aslan, falls ihr das seht. Da habt ihr echt ein mega Event rausgehauen. Aber vom aller, aller feinsten. Also wir sind immer noch geflasht. Das war richtig, richtig krass. Grüße gehen raus am DSD, den Gorminister. Das war so geil, euch mal zu treffen. Ich habe immer gehofft, ihr lauft uns mal in der Innenstadt über den Weg. Da wir da auch immer oft so rumtouren. Aber was nicht ist, kann ja nur werden. Dazu ein Pingelingeling und Prostata Teralala. Und auch einen ganz speziellen Dank und Gruß an Judith und Thomas, der Star Wars Sammler. Hör mal, du bist so ein feiner Kerl. So ein lieber Mensch, hör mal. Es ist der Hammer. Das ist der Hammer. Auch ein YouTuber, unser Star Wars Sammler der ersten Stunde. Angefangen mit einer Video 8 Kamera im Jahre 2007 oder 8 oder wann das war. Ich habe die Videos alle gesehen. Also, Hammer, Hammer mäßig. Ich freue mich schon beim nächsten Mal. Schade, dass Böblingen so weit weg ist. So. Das einmal dazu. Boah, ich bin immer noch richtig geflecht und weggehauen davon. Das muss man echt sagen. Ich ziehe den Hut von den ganzen Organisatoren davon. So, Delle. Dann löten wir jetzt mal die Sicherung ein. Bauen die Konsole wieder zusammen. Und dann kommen wir zum finalen Funktionstest. So, Delle. Gehäuse habe ich soweit alles wieder sauber gemacht. Ja, da war hier auch noch. Ich zeige euch das mal. Wo haben wir das Ohrteil? Da ist hier drunter Cola reingelaufen. Das hat hier auch noch geklebt alles. Und, ja, vielleicht war das der Grund, warum die Sicherung geschossen ist. Weil, ich habe ja dann noch so ein komisches Zeug auf der Platine gesehen, wo ich mir dachte, was ist denn das? Das habe ich auch entfernt. Ja. Jetzt löten wir die Sicherung mal ein. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das dann alles wieder Paradies im Mundo läuft. Und den alten Draht, den nehmen wir mal wieder raus hier. Okay. Nochmal ein kleines Wörtchen dazu. Das habe ich wohl wahrscheinlich in diesem Video schon anfangs erwähnt. Wenn man eine Sicherung brückt, das ist keine so gute Idee. Es sei denn, man ist sich 100% sicher und man weiß, was man da macht. Weil eine Sicherung, die brennt nicht umsonst durch. Meistens sind das andere Fehler wie Kurzschlüsse oder Flüssigkeit, was da drin noch ist oder was auch immer. Das dann die Sicherung durchbrät. Und wenn wir dann einfach mit Draht drücken, dann raucht da irgendwas anderes ab. Und dann wird der Schaden nur noch größer und dann womöglich irreparabel. Eine Sicherung kann aber auch mit der Zeit hochohmig werden, dass die dann auch mit durchbrennt. Auch schon erlebt. Die Sicherung kann aber auch eventuell eine Spannungsspitze hochgehen. Deshalb ist das Messen auch so wichtig. Dann lieber kein Draht da rein drücken. Wenn eine Sicherung vorhanden ist, dann die erstmal tauschen. Und wenn die dann wieder durchbrennt, dann wissen wir, dass da noch was anderes im Argen ist. Okay, wo haben wir den Strom, damit ich das noch mal kurz antesten kann. Falsch rum, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ja, das funktioniert. Das ist schon mal sehr gut. Natürlich die Klammer hier nicht vergessen. Da haben wir, wie auch in dem vorherigen Video schon erwähnt, hier auch eine Einkerbung. So, und hier unten das untere Loch. Da muss er auch wieder eingespannt sein, weil sonst funktioniert der Federmechanismus nicht richtig. Oder gar nicht. Ja, ist auch ein bisschen fummelig, das Ganze. Ja, super. Was mir jetzt gerade auch so auffällt ist, wenn ihr sowas macht, dann achtet bitte darauf, dass das Modul richtig eingesetzt ist. Weil nicht, dass euch das dann passiert, dass das Modul falsch drin sitzt. Ihr macht die Konsole an. Warum startet das Spiel nicht? Nicht, dass eventuell das Spiel beschädigt wird oder so. Einmal immer schön drauf achten, damit da, dass die auch richtig drin sitzt. Ja, krass. So. So, jetzt mache ich den Deckel drauf. Ah, sieht die nie wieder schön aus. Ja, ich denke mal, das Teil, die Blende hier vorne, die kann man auch einzeln abnehmen. So, hier hinten, dass ich das mal bleichen werde. Mal gucken, dass ich das Bleich mitlegen woher kriege. So, hier möchte ich euch nochmal zeigen, wie tief die Vergilbung in den Kunststoff reinzieht. Das heißt, das ist nicht nur oberflächlich. Guckt mal hier oben an der Kante. So richtig, richtig tief ins Material. Man sieht das auch hier unten richtig gut. Hier unten an der Kante. Und vor allem hier oben. Oh ja. Gut. Dann möchte ich mal sehen, wie das nachher aussieht, wenn wir die gebleicht haben. Ich bleiche die Konsole, die wir vorhin repariert haben. Und ich verbleiche auch mal dieses Teil hier, um nur mal zu gucken, inwiefern uns die Säure oder dieses Bleichmittel uns die Vergilbung hier wieder aus dem Kunststoff rauszieht. Ob das da auch nur oberflächlich ist oder ob sie die wieder komplett aus dem Material holt. Das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Natürlich ziehe ich jetzt die Schrauben nicht so feste, weil wenn ich es richtig anknall, dann kann es sein, dass das Plastik bricht. Mir ist das schon passiert. Innendrin die Stege. Da bin ich nur ganz leicht drangekommen und dann hat das knapp gesagt und das war abgebrochen. Ganz schön Pyro ist das Zeug. Jetzt kommt unser finaler Funktionstest. Eines meiner Lieblingsspiele. Was mir auch noch einfällt, Grüße gehen auch raus an die Trödelmama, an Nine. Hätte ich euch beide irgendwo gesehen. Ich habe auch Ausschau gehalten. Hätte ich euch beide irgendwie gesehen, getroffen, hätte ich euch natürlich auch angesprochen und ein paar Aufnahmen gemacht. Ja, mein Video von der Toyplosion, das erste war leider ohne Ton. Aber der Klinkenstecker, der hat mir das Mikro ausgeschaltet. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich habe ein paar schöne Bilder, auch wenn sie ohne Ton sind. Macht nichts. Das funktioniert schon mal. Reset Knopf geht auch. Ja, jetzt spielen wir mal eine Runde Parodius. Das ist auch das erste Spiel, was ich wirklich mal, das war 1995, komplett bei meinem Bruder Kizo. Kizo, Grüße gehen raus. Richtig durchgezockt habe auf so einen uralten Grundig. Das war auch Hammer. Okay, das war es auch schon in diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und für ein kostenloses Abo würde ich mich riesig freuen. Dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Okay. Bye.